hallo und herzlich willkommen liebe zuschauer willkommen bei modbox ich bin der steffen und stelle euch heute die leichtgutschaufel von bressel und lade vor dies ist verfügbar für pc bzw mac playstation 4 und xbox one die schaufel findet ihr einmal in der kategorie werkzeuge frontlader und dann habt ihr die schaufel l67 die hat ein fassungsvermögen standardmäßig von 1900 litern die hauptfarbe kann geändert werden von grau schwarz in grün orange standardgemäß kostet die schaufel 7625 euro oder tägliche leasing kosten von 388 euro hier könnt ihr natürlich auch noch die kapazität von 1900 litern auf 1000 auf 2090 liter auf 2480 liter auf 2730 liter ändern die anbau kupplung könnt ihr von frontlader in teleskoplader und in pause ändern genau so dann findet ihr die schaufel natürlich auch noch also besser gesagt die l71 in radlader ja für sie die hauptfarbe könnt ihr genauso ändern wie bei der frontlader schaufel die l71 hat 4600 liter standardmäßig das füllvolumen geht weiter bei 5290 liter auf 5400 liter auf 6210 liter und das war's anbau konsole wäre einmal für den teleskoplader und den radlader standardgemäß kostet die schaufel l71 10.995 euro oder 560 euro leasing am tag ich habe euch hier hausen schon mal zwei modelle vorgepackt sag ich mal hier ist einmal die für den frontlader also die kleine die l67 schaufel hier mal in grün die gelsehen soweit wirklich schön hoch auflösen auf das passt texturen sind ls 19 standard hydraulik schläuche haben wir vorhanden alles gut bei der radladerschaufel beziehungsweise teleskopladerschaufel also die größere ausführung hier mal in grau gewählt selbe in grün das passt alles ganz gut von den diggels und den texturen her kann man sich nicht beschweren genau dann werden wir mal den frontlader mal austesten ob das auch so passt wie es passt ja wohl das sieht das sehr gut aus selbst die hydraulik schläuche verlängern sich wenn man sie hochkippt sehr schön da glitscht auch nix irgendwie durch das ist alles schön fest verankert wunderbar machen wir mal noch einen test wie die füllung aussieht hier für eine runde weizen und die ist aber schnell voll füllvolumen passt 2090 liter habe ich ausgewählt das ist auch drin einmal abgeben bitte das ist aber auch schon für den traktor wirklich grenzwertig also viel mehr kapazität dürfte sie auch nicht haben ja das sieht doch ganz gut aus das passt ich würde sagen vielen dank fürs zusehen den link zur schaufel findet ihr in der video beschreibung und schaut beim nächsten mal wieder vorbei ciao bis dahin